hey freunde willkommen zum dritten bombenrohr verbund wir hatten ja diese zwei sternverbünde schon gesehen jetzt habe ich mal noch eine schnelle variante und zwar haben wir hier rote visco oder rote litze verarbeitet mit 13 flashbangs vom lidl genau lidl war es und in der mitte stehen zwei scena single shots einmal in b und d und das soll ich mal sagen gehen wir raus und zünden das finale bombenrohr verbund also bis gleich draußen zur zündung so freunde wie versprochen jetzt die kleinen verbinden noch der vier hat er ordentlich gescheppert also freunde macht's gut bis zum nächsten video so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017